Er versucht möglichst viele Bälle zu halten, er muss halten können, er muss springen können, er muss hoch springen können und er gehört auch mit der Mannschaft und er heißt mhmhmhm, weil er im mhmhmhmhm ist und die Bälle abhält. Er muss groß sein, er muss groß sein, aber er muss nicht groß sein. Untertitelung. BR 2018